machen wir mit den ich bin schon ein Battle Royale nein das geht nicht wie bitte das? Leon bist du schon ein Battle Royale? Leon bist du schon ein Battle Royale? Fortnite hat ein Ausbildsverbot na roter Ritter nicht oder was? ich liebe Wein und meine Berries und ich kenne dich es wird man aber das trägt in der ganze dreieck ich bekomme ich ich weiß nicht wie es geht er beginnt wir haben uns alle gebannt man kann sich auch einladen vielleicht ich habe mich als erfreut nun werden und hat sie aber schon was willst du für die hessischen jetzt kann ich um alle die stelle das mal auf drei machen 2 ich bin war zu früh oder ich habe noch mal ich habe glaubt mir ich habe spitzname das ist mein name da wo ich du sollst das zusammenschreiben ist so hässlich warum zusammenhören bis zu behindern die auch immer schreiben was war geplant du bist dumm Ja mach auch und auffällen, Junge. Ich hab keinen Bock auf dem anderen. Mach nicht. Bei mir ist auch auffüllen. Bei mir steht auffüllen. Du musst... Du musst drauf. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt habt ihr es. Sagst du viel, jetzt gehst du jetzt. Döner. Ich würde in einem Füße die 20 Euro gesenkt haben. Traus mich lieber selber. Der kostet... Warte, der Skin ist doch lila, oder? Nein, das liegt in der Werbung. Ich bin stark, Alter. Ich war so niederla. Er macht, ich war bei den Tag nicht dabei. Das ist der. Junge, sorry. Sorry, du tschulduch. Ah, warte. Ah, warte. Das ist ganz gut. Fang. Ah, mich, fang. Guck mal her, ich mach mal her. Tachishonone. Tachishonone. Was hast du gerade gesagt? Nicht an dich. Ich sag, du sagst das. Tachishonone. Das heißt, die Baumaschine. Ich kann nicht ziehen lassen. Er kann der Zupport Maschinen. Naja, ehrlich jetzt. das war mit dem leiden vorhanden das hat mich noch nicht steckt wo Maschinen der Arschloch das ist also sein Vater hat es gekommen, sein Vater hat es gekommen mein Vater ich geh dieses kleine Haus hier ich geh hier mal in die Europa da ich geh hier das blaue Haus, der gehen kommt das nur so dann geh ich ins Bomben aus Na du hörst aus dem Duas Kannst du so sagen Kleine Halserbatsch Schieb scha Maunen Tschichshomu Ich hab' ein bisschen angehört wie englisch Für mich chinesisch Thailand Halserbatsch Du Alter, deine Fresse, du bist geil Du siehst aus wie so Kim Jong-un, Alter Ich bin Kim Jong-Türki er hat und er ist in der Koranze wir machen nicht Miege mal ein Kassel wir brauchen wir haben schon mal Nein der Begründung und aufgaben zu warten mit dem die Begründung Bad Müttenberg in Stuttgart und so was auch noch zu tun muss man nicht verfolgt wo man auch nicht nein und mann nach meinen die Mäden die ich bin Schwer von Maschinen und die 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 ich kann nicht ein bisschen kann ich das nicht finden sie sieht wie eine bohrmaschine ja und hier liegt auch ein jagdgewehr ich habe es noch nie ja 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 Hast du das von Süden zu fliegen gefunden? Ja! Ja! Schönes tut da was was in der Nähe in der Nähe was ja er muss man leichter wollen ein paar wie weit und breit kann es gerne auch kommen wir wissen das Thema ich bin einmal noch was ich hab wechselt und die auch von deinen kollegas die ist auch richtig keinen sonnenschein es war alles geplant mit absicht das war alles geplant nicht, wir sind nicht was jetzt die tante die tante der okay die tante 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 Ich geh auch nicht. Hey Leon gehst du nicht? Ich komm sofort, Donabon Ali ist unterwegs. Scheiße, es hat hier noch. Donabon Ali! Okay, haben einen. Nein, 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 nein. Meme, kill ihn. Warte, lass los, lass mich rein. Ja, lass mich draußen. Warte, warte. Ey, Junge, einer hat diese Haftbomber. Ich will den Schloss ziehen hin und gib ihm noch mit der Satiegel. Oh mein Gott. Mach doch auf, Meme. Meine Satie ist nicht wahr. Wir müssen hier spielen wie ein Boss. 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 Ich glaube schon, dass du krank bist, Bruder. Gib mal jemand Baumaterial und gib mal jemand Snipern. Leon, hier ist noch eine Repetier-Sniper. Ich hab dann einen Eingangsfragen. Ich brauch noch einen Namen. 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 Ey, du musst sagen, das war grad so krank. Er wirft so diese P4, ähm. Ich brauch noch einen Namen. Der Name ist jetzt doch so. Und da ist doch nichts. Du musst hier nach Hause hin. Du musst, du musst da hinlegen. Das ist, ich glaub nicht. Du musst da hinlegen. Du magst das draußen. Du wirst nicht. Das ist noch ein bisschen zu飯en. Endlich. Du magst du warm nicht. Ich mach nicht. Du magst mich. Ich hab mir schon queert. Ich habe mir gerade dann aufgarten. ich habe nie was gehört ich habe gehört dass du schwarz hast hast du dich verhört Leon hat ja ich da drüben bei 126 sind auch noch welche drüben bei 114 das ist ein bief gerade ich zeug von bei dir mit granatwerfer klären bis zu armin er heißt auf youtube ja ich habe reingetroffen er fällt der rock direkt ins loch er muss nicht finischen dieser ehrelosen richtig heavy danke ich war um habe gesagt dass du noch um habe ich gehört das ding hat mir halt so an mit tv ja da irgendwann so und play josh joshua ist bei mir drin ja spiele ich es soll ich gewinnt das für dich wir sorry wenn ich nicht ziehen kann Ja, alle ledigsten Was hast du gesagt, Armin? Leon, Armin Was hast du gesagt? Einer, aber das ist nur dein Ding, wie heißt es? Das ist so ein Playjoch-Short-Short-Short. Der schreibt, sag Armin, das ist ein irrenlose Hund. Das Game seiner Abos, der Hunde so. Er ist ein Lappen. Er verarscht seine Abos. Und heult immer... Heult immer, er soll es zu... Keine Ahnung. Wir haben da vorne. Wow, hab ich gut gesagt. Tschüss jetzt. Ruf da jetzt nach Hause. Bist du schlecht, Bruder? Junge, ich mein Ding jetzt. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ja, gönn dir. Er wird auf YouTube... Er wird gehatet auf YouTube. Guck. Guck unter die Kommentare. Irgendjemand hat ihr halt getroffen, die sind im Beef. Ne, und las man noch. Ist mir egal, was vor mir ist. Gell? Ich scheiße, den Gegner, ich will... Ich will... Ich will... Ich will lange überleben. Ich will kämpfen. Wir müssen einfach irgendwo kämpfen gehen. Ja, der bohrt sich direkt ein wenig. Ja, der bohrt sich direkt ein wenig. Tschüss, Leon. Tschüss, Leon. Leonada. Yonada. Jungfrau Wihuu, schönen wir, um 개 jetzt kommt von hinten ist ich beleidigt jonas beleidigt jonas wocht und gerne hatte ich nicht mal genau so vor wie er es geschrieben hat der ist so ein lapen er hat 1000 abos nicht verdient du hast das schwarz nicht verdient ich meine jahre ist nicht mal neutral links von diesem gegner links von diesem gegner links nicht recht warum ich bin dann noch verladen die standard aufgelesen und das ist aber gespielt hier geht es mal läuft dann können wir Jetzt kommt da so ein Snipe von hinten. Er wird gerätig aus YouTube drücken unter die Kommentare. Gelieb beleidigt Sjöner Stutt und Sjöner und Sjöner in der Welt wegen Corona-Szöner-Vedien-Verseinschreibung. Der ist so ein 1.5K-Obsignal. Ich bin ein Zuschauer von dir und hab dich abonniert, aber es geht alles an Alte. Ja, bei Sjöner und Sjöner gibt es nicht zu. Sjöner und Sjöner nicht. Komm mal, ey, sag mal, ey. Rutsch, sag mal, ey. Rutsch, sag mal, ey. Rutsch, sag mal, ey. Warte, ähm, schick mir meine Freundschaft zur Frage. Du schließt mich hier. Ich bin unten, der Lila, ne? Und kommt Party. Armin will mit dir reden. Komm ins Café, wir müssen uns reden. Mesh, komm ins Café. Komm ins Café. Komm ins Café. Wir müssen reden. Oh mein Gott. Sona, komm ins Café. Wir müssen reden. Sona, komm ins Café. zum Jugger z error. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Ja, einfach ratulieren, ja genau das. Oh mein Gott mir Reomen Editor ein Yogän. Ihr auf einmal 0,7599 909 10 gt. Gendier. Ja, ja, lüg nicht, der kann so reden. Leon, du musst ein Z-Mit-Werchen. Was hab ich denn jetzt getan? Alla, la, la, la! Mach' den! Fick mich, du Hure! Träume ich immer nur, ich hab dir nichts getan! Ich hab dir doch gesagt, geh da unten in der Brücke rein! Reib deine Fresse, Mehmet! Was, was, was? Lass mir die Orangenehaare machen! Hast du dich meine Haare schwarz färben, oder was? Ich hab dir schon mal grüne Handel. Ey, dank nochmal an Armin-Zuschauer, die mich abonniert haben. Ich hab damit nichts zu tun. Ihr seid alles mutterverspaß. Ich liebe euch alle. Wir sind alles gut. Lass mal Jakob einmal Team spielen, dann mal schon ein bisschen... Armin, der schreibt wieder... Warte, da schreibt jeder unter deinen Videos, Armin, gibt es gleich. Jetzt soll ich Party kommen. Gib doch zu, dass du Leute es gern zu lappen. Die ganzen Inventare. Ah, er soll Party kommen? Ja, der sagt, jetzt soll ich Party kommen, oder? Du sollst zugehen, dass du deiner auch Netzen skimmst. Also, jetzt komm! Warte, ich muss erstmal alles mit dran anfangen. Er will, dass er in der Party kommt, dass sie nicht... Also, von mir wird das nicht. Ähm... Dass es Party kommt, dass du musst einen auch machen musst, dass du Internet eier hast. Er will mir so mal gucken, ob er dich das auch rausweist. Immer diese Instagram-Rambus. Kennst du diese... Ja, diese Instagram-Rambus. Oh, ich kenn das, ne? Äh... Eigentlich kriegst du auch, wenn du in Real Life sind... Ja, ne, ne... Ja, ist so. Im Real Life sind das so 5-jährige Kinder, die so... Hast grad meine Wutter beleidigt. Hast grad meine Wutter beleidigt. Schnell, Armin, Junge, du hörst dich an, wie so ein alter Rauch. Er ist so... Ehe ist Laternen-hässig. Wie so ein Alkohol, die kann der grad so... Ohne kurz, oder? Ich schwör, Bruder. Du hast dich an. Aber du hast dich an diesen Sternen zu tun, Männer, Junge. Aber wenn... Aber wenn du... Aber wenn du... Aber wenn du... Aber wenn du... Ohne, Junge, meine Stimme ist gefickt. Der Kackler krank, dann wird das nahe. Aber du... War gegangen. War gegangen. Armin, tiv ich nur für Frage. Beantworte die. Wir sagen... Der kommt, ne? Wir sagen, du... Der hat... 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 Ey, Leon, ich hab keine Wacht... Kann ich mal dir was holen? Kannst du dir ein Blasen holen? Ja, dann geh ich dran... ich bin immer noch nicht deine mutter junge diese eine hat vier kommentare geschrieben dass er 10 minuten oder so macht reg dich mal ein bisschen ab er hört dich können wir ja nein nein du hast nein keine ahnung ja der herzlicher der hat sich jetzt werde ich gesperrt sind die welche mitgekommen ich weiß nicht dass es sein soll zu einem dann wie kann man dich spielen? Joshua? wie heißt er? wie heißt er? ich habe mal irgendeinen account gehabt habe dann vor habe mir dann auf eine porno-seite porno runtergeladen und habt ihr dann auf youtube hochgeladen habt ihr dann auf youtube hochgeladen bestimmt leon warte da schreibt gerade schachbrütt schachbrütt da schreibt ja ja schachbrütt 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 ich bin entschuldig ich weiß nicht was los mein tochter würde man für uns mit deinem dach ach okay ich bin elmuta und ich wie kann sich Armin nennen ich will fahren ich will fahr in böse wie kann sich ein Armin wie kann sich Armin nennen klingt wie ein fetter Junkie der sich mit seiner Mutter befriedigt ja okay oh oh davor schreibt davor hat er geschrieben ja ja Hurensohn du scramst dein eigenes Abo sorry gib das nicht zu guck mal unter die Kommentare wirst gehatet darf ich auch mal beleidigen bei mir ey bei meinem ehrliches Zeitdach du hast aber auch ein Bastard der ist denk auch hier gell obwohl er bei mir obwohl er bei mir den Frosch gebaut hat ja 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 der war bei mir diesen Froschporn Leon ich hab doch diesen Frosch bei mir in der Welt oder kennst du den noch nicht der Kugel der Kugel der Kugel Leon hießt mich nicht oder was das auch ist ey wieso der Kugel du gehst in der Kuh Alter kommt da so eine Skar aus nein nein so suju kommt da raus weil suju wird ja aus Ruhe hergestellt dein Vater wird aus Ruhe hergestellt Papa er so ist ein Bomben dann Bomben tschüss tschüss wow und die Spieche seine Mutter ne deutsche Mutter ich hab nur Minis er kann mir jemand Minimoni geben Minimoni brauche ich selber 4 MP hier oh er oh er er hat er nicht ich hab einen Biggie wer will einen Biggie ja was die war doch ganz keine Bisschen Snipermunde und Gas rein ja hier wer will einen großen Schild tragen oder das fäb ich mir selber gönn gönnt ihr selber gönnt ihr selber gönnt selber lass uns doch mal was zur Heilung vor euch suchen weiter aber ich muss sagen sehr 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 schlecht schreibt aber wieso scammt auf eine abos Dario hat es ja gesagt den hasse ich aber Armin macht es in Grunde früher er sein deutsch wirklich auf jeden Fall er war er früher in er früher voll nett zu mir er hat ich denke er hat es wird er wird er will er wird er sie können sich nicht sie er hat ich die Pippii 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 ich mein Papier Pippii Pimpii Pippii Pippii Pischlers mach mir das mal wer will die Albin und am Ende mein Notkind Riesel hat mit mir wie ich meine Kommentare aber wie ich hatte seinen Abortus gesagt die Hoffnungssilfe aber auch niemand ihmin Fundraaf wir wollen Ich bin nett zu mir und dann scammt er mein ganzes Zilindar. Ja, aber sei mal ehrlich, wo gibt es keine Scammer? Ich kenne das, es ist zwar scheiße, gescannt zu werden, aber sag mir mal jemandem, der noch nie gescannt hat. Du kannst jetzt sagen, du hast noch nie gescannt oder dein Ockel hat noch nie gescannt oder so. Wer bin der Minigam? Jeder hat schon mal gescannt. Wer bin der Minigam? Du hast mich schon mal gescannt. Und es war scheiße und es war als Maul, ich hab das zuerst gesehen. Halt die Fresse, ich hab das zuerst gesehen. Achso, musst du noch die Quest machen? Ja. Okay, Teilmoins, Leute. Oh, hier sind Bandagen für euch. Ganz deutsch. Ich brauche. Was habe ich denn bekommen? Kann ich ein bisschen leichte Patronen haben, weil ich habe Minigam. Verketenmini habe ich auch nicht. Das heißt, was ich... Pappen? Nein, ich brauche nicht. Zwei Ballon. Wer bin Minigam? Ich krieg leichte Patronen. Hast du Minigam bekommen, Bruder? Du? 108. Ich krieg auch ein bisschen Leon. Ich bin jetzt in der Mitte durch dein. Achso, ja. Weil ich hab hier Minigam. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, hier kann ja gar keine. Gell? Wer will Trommel? Wer will Trommelgewehr oder eine blaue A? Wer ist... Wer ist... Wer ist... Blitz? Jetzt Blitz. Blitz. Ich fliehe nur noch Raketen. Auf jeden Fall Trommelgewehr grün und aas blau zu stummgewehrsblau. schießt die rum wenn wir den minigern haben und ich hab zwei stück ich brauche verwende wir haben noch ein paar bäume ab wenn ein baubettel kommt dann wird die gefickt Aber die hat schon eine kranke Stimme, ne? So einfach mein Yara gegen ihren Hals schmeckt schon gut. Und ich an mein Paper sagte nicht. Wieso hat er mich gescannt? Hey, Armin, 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 Armin. Baba, Baba. Joshua will wissen, warum du ihn gescannt hast. Weil er aber nicht von mir gescannt hat. Ganz einfach. Soll ich noch höher machen? So viel, Junge, wirst du festlich? Nee, ich könnte dich verstehen. Schöne Partner von dir. Aber bitte, geh bald an den Weg zu. Oh, na, 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 na. Nein, 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 nein. Lass mal zusammenkommen. Wir haben uns das Ding zu. Mein Mann, mein Mann, mein Mann, ist das alles in die Anliege. Äh, 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 äh. Baba, will ich rap halt? Äh, 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 äh. Ich habe weniger, ich muss mich irgendwo hinstellen. Wir alle gleich ranatend herwerfen. Lass mich durch, oh. War alles geplant. Der Absicht steht alles. Einer, der Typ nimmt uns alle auseinander. Und wir, Leon, nehmen ihn zuerst. Ich hab doch gesagt, nehmen ihn zuerst. Ja, ich spieg alle nehmen, wenn du was wollt hier gehen. Ja, nein, 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 nein. Ich finde, dass er sind. Ich auch gut. Ich heil aber Memmet zuerst. Ey, hallo? Hallo? Ey, Junge, mach mal kein Miefel an. Hey, Memmet mal, hey, Memmet mal. Ich hab dich aufgereiht. Du, darf nicht, komm nicht? Du, darf nicht. Hey, hier sind 15 Badagen, die sind mal vor, was? Ja, gib mir kein Doki. Lea, nicht Doki geben. Und wir haben nichts von mir. Wer, wer wird kündig, Leute? Ich! Das war's und weißt, warum? Ich hab, ich hab die fast selber gekündigt. Na, 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 na. Na, 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 na. Lobby und wollte nur mal sagen, er droppt, was du traden, ich will aber alles getroppt. Und er schickt mich, er sagte, ich wäre. Leon, komm mal bei mir rein und komm mal bei mir in die Livestream und sag mal, was er schreibt. Vor uns sind welche, bei S sind welche. Bei S? Ja, bei S. Bei S will unguys. No, wo? Ich habe eine Koffe und 56er-Hedron. Rechts von uns sind doch nochmal welche, glaube ich. Tschüss, von wo kommst du, Chef-Busch-Camper. Ei, 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 ei. Die möchten doch finish, aber die haben keinen, die haben doch keinen. Ich mach mal, geh die mal, Armin. Leon, geh nach unten, hol meine Mini-Gern, dann kannst du die zurückbombardieren. Aber ich brauch einen 86er-Hedron. Junge, warum sweatet der so ein Bekeh, von mir ist er hässlich. Rechts von dir. Meine Mini-Gern. Ich geh mal bei Armin. Ja, Hurensohn, Junge. 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 Ja, du hast den Kill so nötig, du Ehren. Hurensohn. Hurenjami. Spaß. Armin, ganz sicher, dass man den Push-Krapp hat. Ich wurde überbaut. Fuffi gegen Fuffi? Was krieg ich Fuffi? Ich kam in seine Lobby und wollte normalen Trägen. Er sagt, ich droppt auch so Trägen mit. Ich hab alles droppt und er kriegt mich. Er sagt, ich war nicht ehrlich, weil ich nicht alles gefuckt habe. Ich kann seine Dinge nicht helfen. Joshua, schick mich in den Farsch als ledig-youtube. Sag mir, was er gescammt hat. Ich geb dir die Sachen zurück. Als wenn ich mich jetzt... Dann ist alles wieder gut. Brauchst du auch nicht rumhaten bei Haten. Für den Streit, für die Mutter ficken, Mutter ficken für die Kinder. Kinder zu Kinder, geil. Wenn du bei Mehmetz schreibst, ich bin ledig-youtube, adde mich, gib die Sachen wieder. Aber mach mir mal nicht so einfach beleidig. Warte, Joshua! Er, stärker! Du sehen, seinen Namen ledig... Keine Ahnung, Binnenstrich oder gehört mal keine Ahnung, was er meint. Youtube? 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 Haptule? 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 Joshua? Joshua? Thailand? Is it the people on? Thailand? No, es hat für das in der Chat geschrieben, ey. Joshua? Joshua? Da vorne ist golly! Schätze meine Klee ist verfügbar. leon ich beende mein stream 22 16 breitkorb 26 hat die schatten 26 malachie 26 robuste 106er müllkanonen 106 betreber aber zeit nach 14 mit energie und eine hund 106 er hat auch geschrieben mit kanon hat er geschrieben aber 106 hat er geschrieben erste waffe heavy shotgun er hat uns beide gegeben er hat mich automatisch mit gepusht er soll ja auch machen er ist doch schon aber nicht von mir Ich hab voll den Käpperspot, kann man da unten rein? Scheiße, geht nicht. Ich will so durch ohne Soße. Haben die die Bafrika gekocht? Der hat gescannt ein Videobeweise. Ich wollte gerade Schockwild aktiv, weil ich dachte wir machen die Stunke. Gibt's hier kein Golfkopf? Wie wärs meine Zone? Oder schafft mir das locker? Ich hab einfach irgendein niedergestreckt, obwohl ich die ganze Zeit jung bin. Ich hab einfach irgendein niedergestreckt, obwohl ich die ganze Zeit da rum tanze. Ich stand da ganze Zeit doof auf mich. Ich hab einfach irgendein niedergestreckt. Wer wirft das Stinkrande hinten rum? Wer hat wieder gefurzt? Oh ja. Danke. Und dann sag ich nicht. Der Leek. Der Leek. Der Leek! Der Leek! Der Leek! D-Leek! da hat sich auch noch nicht gibt die bohrmaschine nach schlug aber nicht schau ich bin aber mich aber ja 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 okay dann war ich habe ein gekillt ich habe ein russer gekillt ich habe russer gekillt Ich hab Fladimir Russack gekillt. Er hat sich verlassen. Wenn er zu sagen würde, müsste man hier ein Ding. Darf ich jetzt beenden? Ich hab eine... Ich hab eine Makaroffe. Kann ich da mitmachen am Hotel? Oder... Bitte. Mann, ey. Du möchtest nicht so weit. Wenn du zu dritt machen musst du. Die Scheißezeit geht noch so. Geld? Nein, der dritt, da kann nur einmal beibebekommen. Wohin reißt du noch ein? Wohin reißt du noch ein? Da kann da... Da vorne ist der Gegner, Lutrek, Armin. Mich jetzt so... Mich jetzt so süß und ich so, weißt du? Mich hatte das schon mal. Pass auf, der Maul halt. Da vorne ist ein Lutrek. Vorschein ohne還是 keinen Winnie. Ich mach mal das gerissen. Sch die schläft heulich die schläft heulich Ich weiß, dass ich sterbe. Ich seh's, ich seh's. Wir schießen da mit Raketen hervorhin. Okay, ein, 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 ein. Leon, ich komm nach. Ich komm da nicht hoch, da sind keine Reifen mehr. Ich hab einen genockt. Er hat einen genockt, ich hab einen genockt. Nein! War alles geplant natürlich. Guck mal wieviel ist denn hier? Junge, es ist hier einfach nur dein Visier. Achso, jetzt. Von hinten. Und so ein Björn, die hat die Kraft halt falsch. Ne, ne, zwei Spunden. So, jetzt.